Sie hören »Kalte Seele, dunkles Herz« von Wendy Walker, aus dem amerikanischen Englisch von Maria Pötz, gelesen von Monika Oschek und Vera Teltz, ein Hörbuch des Argon-Verlags. In der griechischen Mythologie war Narziss ein Jüngling, der gänzlich von seiner eigenen Schönheit und seinem Stolz eingenommen war. Eines Tages, als er im Wald jagte, erblickte ihn eine Nymphe namens Echo und eine tiefe Liebe zu ihm entbrannte in ihr. Narziss spürte, dass jemand ihm folgte und rief »Wer ist da?« Schließlich zeigte Echo sich ihm und versuchte ihn zu umarmen, aber Narziss stieß sie von sich und ließ sie allein und mit gebrochenem Herzen zurück. »Nemesis«, die Göttin der Rache, beschloss Narziss zu bestrafen. Sie lockte ihn zu einem Teich, in dem er sein eigenes Spiegelbild erblickte und sich darin verliebte. Unfähig, sich von der Schönheit seines Spiegelbildes zu lösen, starrte Narziss sich selbst an, bis er starb. Erstes Kapitel Cassandra Tanner Tag 1 meiner Rückkehr Wir glauben, was wir glauben wollen. Wir glauben, was wir glauben müssen. Möglicherweise gibt es keinen Unterschied zwischen Wollen und Müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Wahrheit sich uns entziehen kann. Sie kann sich hinter unseren blinden Flecken verstecken, hinter unseren Vorurteilen, unseren hungrigen Herzen, die sich nach Ruhe sehnen. Doch sie ist immer da, wenn wir die Augen öffnen und versuchen, sie zu sehen. Wenn wir wirklich versuchen zu sehen. Als meine Schwester und ich vor drei Jahren verschwanden, hielten alle die Augen geschlossen. Man fand Emmas Auto am Strand. Auf dem Fahrersitz ihre Handtasche, in der Tasche ihre Schlüssel, in der Brandung ihre Schuhe. Manche Leute glaubten, sie wäre losgezogen, um eine Party zu suchen oder sich mit einem Freund zu treffen, der niemals auftauchte. Sie glaubten, sie sei schwimmen gegangen. Sie glaubten, sie sei ertrunken. Vielleicht war es ein Unfall gewesen. Vielleicht Selbstmord. Jeder glaubte, Emma sei tot. Was mich betrifft, das ist nicht so einfach. Ich war 15, als ich verschwand. Emma hätte mich niemals mit zum Strand genommen, als ich 15 war. Sie war in ihrem letzten Jahr auf der Highschool und ich war eine Nervensäge. Meine Tasche lag in der Küche. Von mir wurde nichts am Strand gefunden. Nach Auskunft meiner Mutter fehlte nichts von meiner Kleidung aus dem Haus. Und Mütter wissen solche Dinge. Oder etwa nicht? Aber sie fanden Haare von mir in Emmas Auto. Und manche Leute klammerten sich an den Gedanken, dass ich ebenfalls tot sein musste. Obwohl ich unzählige Male in ihrem Auto gesessen hatte. Sie klammerten sich daran, denn wenn ich nicht mit Emma zum Strand gefahren war. Wenn ich nicht in jener Nacht im Ozean ertrunken war. Vielleicht ins Meer gelaufen war, um sie zu retten. Wo war ich dann? Manche Leute wollten glauben, ich sei tot. Weil es zu unangenehm war, sich Fragen zu stellen. Andere waren sich nicht so sicher. Sie waren offen genug, um einen bizarren Zufall in Betracht zu ziehen. Eine Schwester ertrank am Strand. Die andere lief davon oder wurde möglicherweise entführt. Andererseits, Ausreißer nehmen normalerweise eine Tasche mit. Sie muss entführt worden sein. Auf der anderen Seite, solche furchtbaren Dinge passieren doch nicht Leuten wie uns. Es war keine ganz normale Nacht gewesen. Und das befeuerte die Zufallstheorien. Meine Mutter erzählte die Geschichte auf eine Art und Weise, mit der sie das Publikum fesselte und genügend Mitgefühl weckte, um ihren Hunger nach Aufmerksamkeit zu stillen. Ich erkannte es an ihrem Blick, als ich sie in den Nachrichten und den Talkshows sah. Sie beschrieb den Streit.